Rennschwein Rudi Rüssel, der kam, sah und quiekte. Nummer 66! Wir haben gewonnen, Mann! Ein unerwartet schönes Geschenk für die ganze Familie. Nur ganz lange! Bis Freitag. Dann bringen wir's zum Bauern, einverstanden? Ulrich Mühe und Iris Bergen in einer tierisch rasanten Filmkomödie von Peter Tinn. Moment! Nicht in meinem Zimmer! Rennschwein Rudi Rüssel. Und eine Menge Chaos. Papa! Er pichert! Süß, ne? Das Perkel muss raus! Sofort! Ihm haben sie parfümiert und ich, ich stink wie ein Schwein. Was, was hast du für ein Parfum? Wieso? Das ist toll! Das hat so einen Stich! Du bleibst bei mir. Für immer und ewig. Das ist ein Rottenolm, glaub ich. Ja, ja. So hoch! So ne Quatsch! Au! 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 Aus dem Weg! Das ist doch unser Rudi! Diese Schweine hat den Einbrecher vertrieben. Ganz brav! Der Drucktopf! Tobi! Oh! Ja, ja, ja. So kochen wir immer. Wir essen dann direkt von der Wand. Krüle! Lecker Rudi! Rudi! Unser Mastotchen! Der Schwein läuft wie der Blitz! Was wird das denn? Kraftfutter für Rudi! So, das Schwein mit den Urlaub! Ja, wir sind nur Hündl zugelassen! Ne, die kleine Swainlin! Und ist so sauber! Rennschwein Rudi Rüssel. Er ist cool. Ja, Rudi hat sogar ein Fagenschwemmerzeugnis! Auf! Er ist frech! Ferpi! Und er ist sehr, sehr schnell! Rennschwein Rudi Rüssel. Er kam, sah und quiekte. Rennschwein Rudi Rüssel. Na, ta, 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 ta. Rennschwein Rudi. Rennschwein Rudi.